Ich bin ein Idiot. It's Showtime! Echt mal, ich verdiene diese Kräfte nicht. Was trage ich schon dazu bei? Au! Es gibt schon einen Superhelden mit einem roten Anzug und einem Blitz drauf. Aquaman ist wirklich riesig und so männlich. Batman ist so cool. Und ich? Naja, bin ich? Ich fühle mich wie ein Betrüger. Ist aber auch egal. Also, ein Zauberer hat mir Superkräfte verliebt. Und dann hat er alle Superkräfte bekommen. Wo wollt ihr denn hin? Verbrechen bekämpfen? Okay. Jetzt macht jeder irgendwie sein eigenes Ding. Ich bin der Einzige, der versucht, alles zusammenzuhalten. Ihnen ist schon klar, ich bin bloß Kinderarzt. Oder? Ja. Come on! Now let's get down the business. Hör zu, Billy. Das Schicksal deiner Welt hängt davon ab. Die Töchter von Atlas sind hinter dir her. Kinder haben die Macht aller Götter gestohlen. Susanne! Das ist sehr persönlich, Billy. Hören Sie, ich hab vielleicht nicht so viel Erfahrung wie Sie, denn ich bin nicht super alt wie Sie. Aber ich hab alle Fast and Furious Filme gesehen, Lady. Das Einzige, was zählt, ist die... Familie! Familie! Leute, das war das Zeichen. Introducing the star of our show. His name is... Sir! Die Welt wird das nicht überleben. Ich weiß nicht, wie wir diese Mächte bekämpfen sollen. Sie glauben, ich weiß, wie man das in Ordnung bringt, aber das weiß ich nicht. Billy. Jeder kann wertvoll sein, wenn man ihm eine Chance gibt. Jetzt geh und kämpfe für deine Familie. Geh und kämpfe für die Welt. Hurry, hurry, step right up! You wouldn't be anywhere else in the world right now! Ich hab grad'n Truck auf den Drachen geworfen. Ich liebe mein Leben. Let's get down to business. Hey, oh yeah. Let's get down to business. Can I get a weakness? Hane. As Hane. Jeu competent're from! Yes.